Dieses Video bietet einen Einblick in die digitale Ordnung des Internets und die ökonomischen Auswirkungen von Suchmaschinen. Das Internet ohne Suchmaschinen wäre heutzutage nur schwer vorstellbar. Sie bringen Ordnung in das Chaos von Informationen, das das World Wide Web bereithält. Doch dieses Chaos ist in Wirklichkeit eine besondere Form von Ordnung, die sich aber grundlegend von der Ordnung in der physischen Welt unterscheidet. Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir drei Ordnungen der Ordnung, wie sie der amerikanische Philosoph und Internetpionier David Weinberger erdacht hat. Das erste Ordnungssystem beschreibt physische Objekte, die einem bestimmten Platz zugeordnet werden. Nehmen wir als Beispiel die Küche eines Gastronomieunternehmens, in der Pfannen und Töpfer festen Schränken zugeordnet sind, sodass diese für alle Küche gut zu finden sind. Solche Gegenstände der physischen Welt haben damit immer einen festgelegten Platz. Sie können nur an diesem Ort gefunden werden und auch das nur, wenn sie nicht gerade jemand entwendet hat. Das zweite Ordnungssystem dokumentiert die Aufenthaltsorte aus dem ersten Ordnungssystem und ist damit selbst nicht mehr ortsgebunden. Wir könnten für unsere Küche beispielsweise eine Liste anfertigen, die alle Pfannen und Töpfe und deren festgelegten Plätze enthält. Diese Liste kann dann kopiert und weitergegeben werden, sodass sich neue Köche mit ihr ohne weitere Hilfe in der Küche zurechtfinden können. Doch wie im ersten Ordnungssystem ist ein Objekt in Benutzung, ist es nicht mehr an seinem Platz und damit nicht mehr aufzufinden. Dies gilt nicht für die virtuellen Informationen, die wir im Internet vorfinden. Sie sind keinen festen Platz zugeordnet und es kann auf sie zugegriffen werden, unabhängig davon, ob jemand anders im selben Moment auf sie zugreift. Diese Informationen sind also zeit- und ortsunabhängig. Die Ordnung dieser Informationen kann mit dem dritten Ordnungssystem beschrieben werden, in dem sich Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo bewegen. Zunächst liegen Daten ungeordnet vor, erst durch eine Suchanfrage eines Nutzers werden diese in eine Ordnung gebracht. Dieses ist daher eine persönliche Ordnung, dynamisch erzeugt durch die Eingabe von Filterparametern in eine Suchmaschine. Chaotisch angeordnete und unverbundene Informationen werden also mit jeder neuen Suchanfrage immer wieder neu sortiert. Von vornherein ist im Internet keine Ordnung durch eine zentrale Institution vorgegeben. Jede Destination oder jedes Hotel kann selbst bestimmen, wie sie Informationen auf ihrer Webseite anordnen. Nicht nur das, vielfach tragen Kunden und Nutzer selbst zu Metainformationen bei, die die Ergebnisse von Suchanfragen formen. Diese Metainformationen sind beispielsweise Bewertungen und Schlagwörter, die virtuelle Informationen beschreiben und verknüpfen. Das Besondere an diesem Ordnungssystem ist, dass die Informationen umso chaotischer wirken, je mehr Metainformationen und Verknüpfungen ihnen anhängen, jedoch ihre Bedeutung und Relevanz proportional damit wachsen. Es ist damit nicht verwunderlich, dass Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell auf der Sortierung von Informationen und Metainformationen aufbauen, in der digitalen Wirtschaft ein immenses Potenzial besitzen. Und genau dies ist die zentrale Aufgabe von Suchmaschinen. Das gezielte Aufrufen von digitalen Informationen über Suchmaschinen hat die wirtschaftliche Folge, dass Nischenangebote sich im Internet viel besser durchsetzen können. Diese Verschiebung von Massen zu Nischenangeboten spiegelt der sogenannte Longtail wieder. Bei näherer Betrachtung finden wir drei zentrale Konsequenzen der digitalen Ordnung, die diese Verschiebung bewirken. Die erste Konsequenz ist die Demokratisierung der Produktionsmittel. Multimediale Inhalte wie Filme, Fotos und Texte können durch technologische Innovation sowohl von Nutzern produziert als auch veröffentlicht werden, wodurch die Wahrnehmung von Leistungen nicht nur durch Anbieter, sondern auch vom Nutzer geprägt werden können. Durch die Zunahme an Inhalten sind mehr Informationen zu den unterschiedlichsten Produkten verfügbar, was dazu führt, dass der Longtail länger wird. Beispielsweise können auch private Ferienwohnungen Anbieter auf Plattformen wie Airbnb Sichtbarkeit erlangen und damit leicht von Interessenten gefunden werden. Dies führt zur zweiten Konsequenz der Demokratisierung des Vertriebs. Das Internet ermöglicht das einfache Angebot und Bewerben von Leistungen von kleinen Anbietern. Dies ist besonders für touristische Leistungsanbieter vorteilhaft, da hier ein Leistungsversprechen verkauft wird, welches rein auf Basis von virtuellen Informationen visualisiert und greifbar gemacht werden kann. Dieses Potenzial für Nischenanbieter zur Kreation eines soliden Angebots führt damit zu einem Anwachsen des Longtails. Die dritte und entscheidende Konsequenz der digitalen Ordnung von Suchmaschinen ist die passgenaue Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. Die Filterfunktion von Suchmaschinen ermöglicht es nicht nur den Anbietern, ihr Angebot sichtbar zu machen. Sie bietet auf der anderen Seite dem Nutzer die Möglichkeit, seinen spezifischen Bedarf zu finden. Dieses verbesserte Matching von Nutzer und Anbieter führt letztendlich zur Verlagerung des Geschäfts von standardisierten Angeboten für die Masse zu spezialisierten Nischenangeboten. Auf dem Markt der Suchmaschinen hat diese Entwicklung paradoxerweise eine Tendenz zur Monopolbildung zur Folge, da Nischenanbieter für ihre Angebote vornehmlich große Suchportale wie Airbnb, Booking oder auch Google nutzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017